Intro Intro Hallo Leute, hier ist wieder euer AdiGizerv Hier mit einem weiteren Part zu Super Mario 3 Ach 3D Land, ja Als ob das 3D Land ist, ey Wie dumm bin ich, ey Der Park fängt da schon mal sehr gut an mit dem Sprechen Naja, egal Wieso ich überhaupt gerade geschrien hab und so übelst hyperaktiv bin, fragt ihr euch Fragt lieber nicht nach Ich bin auch manchmal übelst behindert Aber übel, das war selbst das ich weiß Hier geht's auf jeden Fall schon mal nicht rein Das ist gerade Welt 3.1 und so Weil das Wichtigste kommt immer als erstes Irgendwann so rumschreien oder keine Ahnung Die Blumen Die Diese Scheiß Blumen, die hab ich übelst genervt Aber sowas von, ey Das, ne Ja, wieso ich denn jetzt ordentlich da ran Ja, ja, toll Ja Ja, genau Ja, ist klar Ist klar, ja, ja Wie gesagt Ich hab die früher schon so dermaßen scheiße gehasst, ey Aber übelst Aber hoffentlich ist der Ton diesmal ganz okay Weil, ähm, ja Allgemein sprechen oder Schreien Je nachdem, wie es gerade ist Ähm, ist einmal der Sound automatisch ein bisschen leise Das ist halt so Das ist keine Ahnung Das ist bei den anderen Let's Playern zwar nicht Aber das nur bei dem Aufnahmeprogramm Ich will doch mal wenig Zeit haben, äh Das, das, das versperrt übelst Ey, wieso man da ran, komm, was ist das denn für ne Scheiß Weißt du was Du kannst mich mal kreuzweise Ich geh doch jetzt nicht, wenn das mit so blöd ähm Denn da, man wird game over, da, was Am Arsch, ne Seh ich nicht ein Puh Dann lass ich mich ja Dann lass ich mich ja Eher vom Koopa Das ist doch kein Koopa Wie heißen die nochmal Shit Wie heiß' n die nochmal Blupper, jetzt habe ich's Komm es jetzt oder Wawawawawaw… yes Ja, geil Ich wollte es eigentlich nicht nochmal versuchen Kommen her Yes Let's go, wuhu Donner geschafft Ey, warte mal Zeit Hier kommt man früher wenigstens raus springen Ach früher… jetzt wenigstens So, ich mend Nein, 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 warte mal, kann man ja irgendwie runter bestimmt, nein, oh ne, das ist doch schlimmer, verpiss dich, verpiss dich, hab ich gesagt, du sollst dich verpissen, geh doch mal weg, Junge, hörst du schlecht? Fuck you, ja nix, let's go, ja, ob hier schon irgendwas sein könnte, oder ist nur der Tod, ne, ja, okay, Also, hätte ich das schon gewusst, ich wäre schon hier, ich wäre schon hier runtergegangen, na, geh doch da hin, alter, das, das geht sowieso nicht gleich, so, meine, Fresse, Junge, ähm, damit es nicht so langweilig wird und ich nur die ganze Zeit erwachen bin, ähm, kommen wir zu einem kleinen Thema, und zwar YouTube-Kommentare, ähm, die Leute, die, na, okay, ja, bei YouTube angemeldet sind, schon klar, aber die halt richtig was aus ihren Kanalen und so machen, sei es jetzt, ähm, große YouTuber oder nur kleine, ist egal, irgendwelche, oder so, geht euch das genauso, irgendwie, ihr bekommt, sag ich mal, also, ist mir gerade vorhin nämlich so gegangen, ihr bekommt eine Benarrichtigung von, ähm, Google+, und darin zum Beispiel steht, oder so, hier, ähm, ähm, der, derjenige hat in diesem Video Kommentar bekommen, ihr guckt drauf, aber bei der YouTube-App, hoffentlich, weil bei YouTube, ich weiß noch nicht, ob es bei normal bei der Internetseite auch sehen kann, da ist schon gut, da ist der Kommentar einfach nicht da, ja, ich hab mich auch erstmal gefragt, wieso ist der Kommentar irgendwie nicht da, obwohl er, derjenige geschrieben hat in diesem Video, na, guck ich räum, ja, YouTube hat es als wahrscheinlich ein Spam gemacht, und, ja, ähm, ja, und zu der Zeit kann ich, kann ich mir gerade eben als verarscht, irgendwie, da hab ich halt gesehen, diese Wahrscheinlichkeit beim Spam von 5, da guck ich, das sind normale Kommentare, what the fuck, ey, what the fuck, was ist denn daran, was da YouTube so schlimm findet, okay, wenn irgendwas steht oder so, guck mal bei mir vorbei, da hab ich eigentlich nichts dagegen, aber wenn das so übelst häufig ist oder so, okay, bei kleineren YouTube-Morgen wie mich und vielleicht auch andere Leute oder so, ist es eigentlich mehr oder weniger eigentlich nicht so schlimm, aber bei den Großen geht es so ein übelst auf den Sack, mir würde das eigentlich dann schon nach einer Weile übelst auf den Sack gehen, ich hab ein paar Dinger waren schon da, aber ich guck zwar bei anderen mal vorbei und, ja, bei den Mancheren mach ich so abonnieren und so, oh, Junge, nicht der Junge, ich hab's dir gesagt, das war dumm, oder? nein, 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 du scheiß Fisch, naja, weiter geht's, das war wieder mal übelste Rage-Part, ey, meine Fresse, gib mir mal einen Pilz, du sollst mit dem Pilz gehen, verdammte Scheiße, ähm, ja, jetzt hat die Zeit, ja, es sind schon sechs Minuten, ähm, ja, also, ich will schon mehr als zwei Level, wenn das geht, und nicht, dass es hier 30 Minuten unnötig ist, äh, wow, komm, ich will da, äh, na, nein, ich will aber nicht schwimmen, jawolle, hab ich das grad gemacht, ja, ah, oh, danke, jetzt geht er auf die andere Seite, ja, genau, na, kommt doch her, jetzt darf ich ja nicht schwimmen, ich geh sterben, ja, ja, Mann, okay, ruhig bleiben, jetzt sag ich mal kurz nichts, jetzt brauch ich übelst die Konzentration, Alter, wo kommt der, spring, ah, wie gesagt, kurze Ruhe, ah, ah, Junge, okay, ich hätte gedacht, wir jetzt Pilz rausgekommen, ja, scheiß, Spatner, nein, nein, wow, wow, ja, ja, wow, ja, komm, nein, 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 wie knapp das nicht ist, was ist los, ich hab schon wieder ein fucking Leben, meine Fresse, was ist, nein, nein, ich kündige, ich mach mit YouTube Schluss, nein, Spaß mach ich gar nicht, natürlich nicht, ach ja, apropos YouTube, ich hab ein Minecraft Video reingestellt, okay, Minecraft ist, naja, okay, sag ich jetzt mal beliebt, in Anführungsstriche, aber was ich scheiße finde, ich hab nix gegen YouTuber, die das Minecraft machen, aber was mich daran stört, ist, dass sie nur wegen Minecraft über zu viele Abonnenten haben, wie gesagt, ich hab nix gegen den, die machen wirklich sehr gute Videos, auch wenn es noch Minecraft ist, und bringt das auch sehr, sehr gut rüber, finde ich, aber was mich ankommt, ist nur Minecraft, ich hab auch nix gegen Minecraft, ich hab ja selbst Video gemacht, ich hab wirklich nix dagegen, aber was, was mich halt nur ein bisschen stört, das kommt nur von diesem, ich sag's jetzt mal, bei diesen scheiß Minecraft, wie gesagt, ich hab nix dagegen, und ich will jetzt keiner Hater oder so, bekommt deswegen, und was mich noch mal stört, wir haben wieder scheiß Game Over, Junge, wir haben wieder scheiß Game Over, das sind jetzt schon fast 10 Minuten, wir sind da immer noch in diesem scheiß fucking Level, okay, jetzt bin ich wirklich kurz ruhig, ich hab das eh kurz angesprochen, wegen Minecraft, und jetzt ist es gut, oh, Mamma Mia! oh, 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 wie gesagt ich bin immer noch ruhig nicht wundern ich sag zwar immer noch was ab und zu aber wenn ich jetzt noch sterbe okay beim nächsten mal wenn ich sterbe dann Lasst euch doch in Ruhe! Verpisst euch! Lasst mich in Ruhe, Alter! Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig! Geh nicht zu scheiß Röhre rein! Wenn ich jetzt wirklich sterbe, Alter! Nee, okay! One bitch! Weil, ich hätte fast gesagt, wenn ich noch ein, zwei mehr sterbe... Ey, nee! Ich hätte das Handy so toll... Okay, auf dem Bett, aber das ist mir scheißegal! Wieso gemacht, Kopfhörer rausgetrunken, Tür aufgewacht, sein übelst doll zugemacht, um irgendwo kurz weggegangen und ein paar Minuten Pause zu machen! Hätte der Part halt überlänger, aber übelst, aber es wäre mir Riller gewesen, um sowas von... Ich habe bereits 30 Minuten Video gemacht, das längste! Das längste aber eigentlich von Cars, das letzte Test mit 23 Minuten, aber es ist eh scheißegal! Wenigstens bekommen wir jetzt hier irgendein trashiges Zeug hier! Hallo Velo, eine Truhe aus! Ihr Inhalte wird dir auf der meiner Weg nützlich sein! Wenn überhaupt! Okay, vielleicht! Ah ja, wir haben ja schon so ein paar Items! Die habe ich bis jetzt noch nicht mal immer benutzt! Okay! Und in der anderen Mario-Spiel wie... Ähm... Okay, NSMB 2 zeig ich selten, weil es ist eigentlich immer gleich, geht eh nur um die Münze, aber es ist ja auch scheißegal! Ähm, NSMB wie... Newer Super Mario Bros. Wii... Und... Okay, NSMB U hab ich ja eh nicht! Da benutze ich übelst oft eigentlich Items! Also, äh... Ich lasse aber immer... Von... Von dem Stück immer eins übrig! Okay, außer NSMB U, weil das ist alles... Alles um einen und da ist nix mehr! Jetzt hier 3 Pilze, 5 Sterne und... Was weiß ich noch alles! So, was sagt die Zeit? 13 Minuten, ne? Und wir sind mal beim dritten Lämmel! Boah, wir sind ja echt weit gekommen! Mama Mia! FETIF! Du scheiß Fisch! Instant Kill oder wie das nochmal heißt... NEIN! Du schwa- AHAHAHAAU! Das ist doch scheiße! Ey, was ist das für ein scheiß Fisch, alter! Ist der ein Kannibar oder was? Alter, es war fast Zeit für ein... Item! Ich pass' am besten auf! Verpiss' dich! Du scheiß Fisch, alter! Ach, ich seh' grad' wir haben aber wieder nur noch ein Leber! Ist doch geil! JAHU! So macht's Spielen Spaß! Verpiss' dich so scheiß für... Was war... Das war ein unnötiger Tod! Also wenn ich jetzt Split gezählt hab' Hab ich ja... Hab ich eh nicht, aber ist egal... Ähm... Sind das jetzt schon 3 Gameovers? Ähm... Ja... Geil! Ja... Das passiert nur... In diesem scheiß Let's Play... Ich kann mir schon wieder... Okay... Da ist bei jeder Truhe so ein Froscherzug drin oder wie? Ist mir scheißegal, das wird mir jetzt so blöd... Das war jetzt nur... Ich will doch nichts beenden... Wie sieht's aus? Alter... Na okay, 15 Minuten, das geht noch... Ich mach länger... Ich mach so 20, 25... Oder wieder 30 Minuten, ich weiß es noch nicht... Ähm... Wie macht man noch mal das Item... Dings auf L... Da steht's extra... Ich bin zu doof dazu... Ähm... Ähm... War das mit zu blöd... Nimm uns einfach dieses scheiß Froschkostüm... Ne gehe Scheiße... Das ist nicht so doof... Das ist eigentlich recht cool... Ah... Nein! Ah... Mario... 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 Nein, lieber nicht! is das общig mitz geil? Keine Ahnung... Okey... Mais soив... W ensuring... Hahjusel... John... Du... Abgefuckter Junge! Du... Du Hure! 完全EPRESJUSCH! Ich darf nicht soviel Wörter sagen, ey. Schiet, Alter! Leck mich! So, hab mich abgeregt. Die paar Sekunden, mal schauen, ob es jetzt hier... Ich nehme einfach noch mal ein Item. Wisst ihr was, ich habe keinen Bock auf das Level, ich nehme einfach diese scheiß Peetblattflügel, irgendwas und ihr könnt mich mal. So, meine Fresse, wird ja mal Zeit. 18 Minuten. Okay, mit dem Rage-Karte. Endlich geht's weiter. Wir haben uns fast treppen lassen. Was? What the hell? Geh jetzt einfach mal durch diese... Oh nein, oh nein, 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 nicht das Castle, nein. Oh nein, nein, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Ach man, nein. Zum Glück habe ich noch ein paar andere Themen, so gerade aktuell. Okay, das eins ist nicht so richtig aktuell, weil ich glaube, das kommt morgen. Morgen in den Kinos und zwar... Tad 2. War bestimmt richtig geil. Und dann Fakio Gödel kommt. Wann war das? September? September oder November, aber ich bin da gerade nicht so richtig sicher. Die zwei Filme sind richtig awesome, richtig geil, wirklich ey. Die Trailers sagen schon übelst viel, also ich finde es richtig geil. Geh mal durch diese Tür. Ah, das ist eins wieder von diesen scheiß Labyrinthen da, ey. Oh ne, ich hasse sowas. Das ist übelst zum Kotzen, ey. Wie hier ein Super Mario Bros. Also den ersten Teil NES. Welt 8 ist es auch so nah. Ähnlich wie so ein Labyrinth aufgebaut. Geh doch rein in die Röhre. Und ja, das hat mich schon einmal angekotzt. Ich hab's aber nicht original gesagt. Es war nur hier Arcade. Oh, auf. Hier wieder war es N3, ach, New 3DS, genau. Wow, das war knapp. Ähm, naja, ja. Jedenfalls, ich hatte es mal gezockt. Es war... Wo waren das? Auf dem 3DS. Wie viele Türen sind das hier? Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Okay. Dann halt nicht. Ich sollte es lieber nicht versuchen. Ich glaube, wir werden hier sterben. Weil ich... Weil ich finde überhaupt hier nicht richtig zurecht. Nee, warte mal, warte mal. Es gibt doch... Was weiß ich, wie viele Türen. Bei der letzten, oder? Oder so, glaube ich. Oder bei der vorletzten? Nein. Okay. 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 Mach schneller, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm, 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 komm. Geh mal da rein. Uh, fast. Fast, glaube ich, oder? Scheiße. Mann. Wir werden sterben. Komm, komm, Junge. Nein. Das ist immer noch nicht die richtige Tür. Scheiße. Wir werden sterben. Wir werden übelst sterben. Aber sowas soll. Wir werden einfach nur sterben, ey. Übelst peinlich werden wir sterben. Das ist diese motherfucking Zeit, Alter. Dies ist im kurzen Jahr. Schön vor euch, ihr dreckigen Buchos, Alter. Ja, ey. Ne. Wir sind tot. Wir sind tot. Oder warte mal, was ist das für eine Röhre? Geh doch mal da rein. Ah ne, das war die Anfangsröhre. Scheiße. Egal. Hä? Ne, da war was. Scheiße. Egal. Ne. Tot. Scheiße. Geh ich aber Feuer, aber so sterben. Hehehehe. Scheiße. Auf Time of Death. Was ist das für ein dreckiges Castle, Alter. So ein dreckiges Castle, ey. Okay. Wow. Oh. Ah ne, das ist eine andere Tür. Ja. Toll. Hat mir viel geholfen. Warte mal. Geh mal da. Ah ne, das war eine falsche Tür. Ja. Ah, Mann ey. Das ist so... Ne, das ist... Zum Scheißen ist das, ey. Ach, egal. Jetzt geh ich auch hier. Jetzt lass ich's auch. Und? Ja. Und es wäre sogar noch der Raum gewesen, ey. Scheiße. Ne, dafür gehst du jetzt schnell sterben. Ist mir egal. Ja okay, scheiße doch nicht. Okay, ich hab... Ne, ich hab mich getäuscht. Scheiße. Du Hure. Verpiss dich. NEIN! Ey. Ich will das Castle schaffen. Hast du gehört? Ja, hab ich. Ich will euch ja geraten haben. Und du bist ein kleiner Spasti. Und wir sind schon wieder Game Over. Das ist vierter Mal. Geil. Ach, Mann. Ist das nicht lustig. Ist das nicht lustig. Ist das saulustig, ey. Geh, das war dumm als kleiner Mario reinzugehen. Scheiße. Jetzt haben wir wenigstens Zeit. Konzentration. Der erste Treffer ist leicht, sag ich mal so. Und dem zweiten ist es so richtig hässlich. Ich nehme an! Cool, 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 chill. Pool, cool,OFack, ey. Okay, das kann dauern. Alter, bist du lebensmüde, scheiße, ich krieg's nicht gebacken, los, komm, yes, noch ein Treffer, noch ein Treffer, noch ein Treffer, komm schon, komm schon, was, chill, 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 Junge, Alter, habt ihr das gesehen, was war das, war eine hässliche Verarsche, was sagt's, 27 Minuten, scheiße, oh, fuck, Alter, ich weiß sogar noch, die richtige Tür ist sogar noch auswendig, geil, so, nochmal, das ist jetzt schon das dritte Mal, wieso spring ich dann überhaupt gleich danach, ey, Fuck! 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 Wowohohoho. So, heftig, 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 okay, wieder da rein, und so, und so. Ich hab, nee, das ist ja schon mehr als dreimal, ich hab vergessen, bei drei jetzt aufzuschauen, ich glaube, das ist das vierte Mal, ist mir scheißegal gerade. Der kommt aber nicht immer genau auf den Boden, ob das ist, du bist dumm. Ah, fuck, ey, das wäre doch so ein geiler Treffer gewesen. Fuck, fuck, komm her, komm her, du kleines Fösschen. Ja, genau. Komm her. Yes. Weiter, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, endlich bist du tot, ey. Oh yeah, bitch. Friss das. Junge. Ja, ich will speichern. Endlich. Meine Fresse, ey. Ja, das reicht, so sind gleich 30 Minuten. Boah, Alter. Boah, jetzt bin ich fertig. Oh. Also, ich geh mich erst mal beruhigen, ne, und, und, ja, und sag' euch erst mal für heute, dass es gewesen ist mit Super Mario Bros. 3. Wenn's euch gefallen hat, davon geh ich vielleicht aus, weil das war übelste Rage-Part und, ey, das, oh, ich hab, ähm, ich hab, ich, ich raste sogar privat nicht so häufig aus. Also, sag' ich mal so, ob's stimmt für mich, naja, ich weiß ja nicht, aber ist auch egal. Ähm, übelste Rage-Part war das gewesen, auf jeden Fall. Ihr habt übelstes Pech gehabt, aber übelst, ich glaub, das hat einen Daumen hoch verdient, ey. Das war so behindert diesmal. Aber naja, wie gesagt, das war's gewesen, eben. Wenn's euch gefallen hat, klasten Bewertung da und abon-, und natürlich, ach, blablabla. Und natürlich kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann schaltet den nächsten Part ein, wenn das wieder heißt Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut.